Ich bin Dina, ich bin auf der Apothekentour. Hier gibt es rund 20 Top-Unternehmen und ganz viele tolle Gewinnspiele. Ihr habt Lust? Dann sichert euch eure kostenlosen Tickets für Köln. Die Apothekentour ist für uns eine große Chance, einfach direkt und persönlich mit unseren Kunden in Kontakt zu treten und sich da auch ein bisschen auszutauschen, um besser noch auf die Wünsche eingehen zu können. Die Apothekentour ist eine tolle Gelegenheit, endlich mal wieder mit unseren Kunden in den Austausch zu kommen. Wir freuen uns, dass wir nach so vielen Jahren Abstinenz wieder realen Kontakt mit den für uns wichtigsten Partnern in der Apotheke haben. Wir freuen uns, dass wir die Köln auf dem Köln auf den 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 K